hallöchen also heute wieder echter patientenfall direkt aus der praxis war sogar des heutigen tages und zwar das thema einer patientin dass sie intervall fasten gemacht hat aber nicht abgenommen hat und sie hat sich die frage gestellt was sozusagen warum das nicht funktioniert was sie verkehrt gemacht hat für alle die mich nicht kennen ich bin die frau rose fröhlich bin eure ernährungstante und ihr wisst ja wie das geht abonnieren plus weg machen kennt ihr alle für mehr content und nun zum patientenfall also patientin direkt in der praxis gewesen heute war ersttermin und die fragestellung war sie wollte gerne abnehmen hat das versucht mit dem intervall fasten 16 zu 8 kennen einige ja das heißt acht stunden eine zeit wo gegessen werden kann und 16 stunden langer zeitraum wo nicht gegessen wird das ist ja in aller munde man liest es man hört es es wird auch viel propagiert und es ist so dass einige patienten davon profitieren wenn die intervall fasten am abend zum beispiel nicht mehr so viel süßigkeiten auf dem sofa essen dann kann es sein dass man allein schon dadurch wenn ich das weglasse in die gewichtsabnahme geht bei dem patientenfall den ich jetzt hatte war es aber anders sie hat gar keine süßigkeiten gegessen das war jetzt auch gar nicht so ihr thema die war eher so ein bisschen pikant unterwegs wir haben dann uns angeguckt wie ihre mahlzeiten folge ist in der zeit der acht stunden und es kam raus dass sie nur zwei mahlzeiten hatte sie hat ja gelernt oder gehört man soll möglichst den blutzucker niedrig halten der insulinspiegel so runter damit sie besser abnehmen kann was ja der lange zeitraum des intervall fastens ist der fehler der hier gemacht wurde ist dass sie in den acht stunden nicht genug gegessen hat b sozusagen nicht genügend eiweiß gegessen hat das heißt in den acht stunden ist es immer ganz wichtig genügend zu essen was in der regel mindestens drei mahlzeiten sein sollten und wer will kann auch zwischen mahlzeiten das kommt ja immer so ein bisschen darauf an wann man hier startet und wie auch der eigene zeitraum ist und die weitere geschichte ist wie viel kalorien gegessen wurde in dem zeitraum der acht stunden das heißt diese drei fehler mit zu wenig gegessen nicht richtigen kalorien nur die zwei mahlzeiten und eben auch nicht genügend eiweiß sind die fehler die schnell beim intervall fasten passieren können wenn ich nämlich zu wenig esse nicht nur beim intervall fasten sondern generell dann geht der blutzucker runter wenn er aber zu lange zu niedrig ist fängt die leber an zucker zu produzieren weil das gehirn wahrnimmt dass ein zu langer zeitraum sozusagen keine energie für die muskelzellen kommt und das gehirn nimmt es wahr und versucht dann über die leber ersatz zucker zu liefern und deswegen ist es so dass die zwei mahlzeiten manchmal nicht dazu führen können dass eine gewichtsabnahme stattfindet wir haben dann eine dritte mahlzeit eingebaut und die patientin probiert es jetzt aus ich kann natürlich aus der erfahrung von anderen patienten mit gleicher fragestellung sagen dass das in der regel dann funktioniert wenn es nicht funktioniert dann muss man immer gucken ob das intervall fasten eine geschichte ist die regelmäßig gemacht wird weil wenn ich den zeitraum tag über mit den acht stunden schiebe mal um 7 uhr esse mal um 11 uhr esse dann ist manchmal das ungleichgewicht der mahlzeiten in den acht stunden auch ein zusätzliches problem also ihr hört schon ihr merkt es sind viele dinge die dazu führen dass das intervall fasten funktionieren kann ja wenn ihr eine frage haben meldet euch einfach gerne ansonsten freue ich mich bis zum nächsten mal macht's gut ihr leben und schönen tag noch tschüssi